Erderwärmung, Corona-Pandemie, Finanzkrisen, politische Disruption und kultureller Identitätsverlust. Die Zeiten sind nervös geworden. Kein Zweifel, wir leben in einer Ära beschleunigten Umbruchs. Offen aber ist, ob es sich um eine Systemkrise handelt, das also nicht weniger als das Ganze auf dem Spiel steht. Kann es sein, dass wir nach einem immensen Wohlstandswachstum auf der Basis einer fossilen Wirtschaft an ein Ende gekommen sind, dass etwas völlig Neues ansteht? Doch wie bewerkstelligen wir ein sanftes Verhältnis zur Natur, ohne auf Freiheit und Wohlstand zu verzichten? Das ist unser Thema in NZZ-Stammpunkte. Herzlich willkommen! Unser Gast heute ist Philipp Blom. Er ist Schriftsteller, Historiker und ein Fachmann für Krisen aller Art von der frühen Neuzeit bis zum Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Herzlich willkommen, Herr Blom. Herzlichen Dank. Der taumelnde Kontinent heißt ein Buch von Ihnen über die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Die zerrissenen Jahre beschäftigt sich dann mit der Phase zwischen den beiden Weltkriegen. Auf beide Krisen folgte ein Weltuntergang. Welchen Titel würden Sie unserer heutigen Epoche geben? Ich habe noch ein drittes Buch geschrieben, das sich mit historischem Klimawandel beschäftigt. Die Welt aus den Angeln. Ich glaube, das wäre ein Titel, der ganz gut passen würde. Ich glaube, unsere Welt, der Struktur noch nach Nachkriegswelt ist aus den Angeln geraten, weil sich die Zeiten einfach geändert haben. Und steht uns auch eine Art Weltuntergang bevor? Insofern, als dass ein Ende einer gewissen Kultur, einer gewissen Wirtschaftsart kommen muss, steht uns das bevor? Ja. Aber jeder Weltuntergang, das sieht man auch bei diesen anderen Epochen, ist auch der Anfang von etwas Neuem. Und man muss das Ganze von beiden Perspektiven sehen. Denn Dinge gehen zu Ende, wir werden Dinge verlieren, Dinge werden zerstört, aber Dinge werden auch neu geschaffen und neue Strukturen kommen. Und es ist nicht gesagt, dass das eine schlimmere Welt ist, als die, die da jetzt ist. Wir werden da in die Einzelheiten noch einsteigen, uns auch mit der historischen Klimaforschung beschäftigen, der Sie einem Buch gewidmet haben. Aber unser Thema heute sind ja die Krisen. Wir reden über Klimawandel, die Zukunft der Industriegesellschaft. Und da kann man natürlich sagen, wieso mit Philipp Blom? Sie sind kein Ökonom, Sie sind kein Klimaforscher, Sie sind Schriftsteller und Historiker. Aber, wir haben uns natürlich schon etwas dabei gedacht, die Fakten sind das eine. Wie wir mit den Fakten umgehen, wie wir sie interpretieren, ist etwas ganz anderes. Und das ist eigentlich ja Ihr Spezialgebiet. Gibt es da Konstanten oder ist jede Krise einzigartig, wie der Historiker sagen würde, unmittelbar zu Gott? Natürlich gibt es Konstanten, weil Menschen in allem bezogen sind. Und weil die Menschen im Laufe ihrer Geschichte immer dasselbe wollen und immer dieselben Bedürfnisse haben. Und weil Gesellschaften so funktionieren, dass sie sich selbst Geschichten erzählen. Geschichten, die sagen, was Tugend ist und was Laster ist, wen man bewundern und wen man verdammen muss. Sie kreieren ihre eigene Moral, ihre eigenen Handlungsgrundlagen aus diesen Geschichten heraus. Und ich glaube, so eine Krise kommt, wenn eine Geschichte nicht mehr funktioniert. Also, Sie haben es angesprochen, in der kleinen Eiszeit, also im 15., 16., 17. Jahrhundert, da war es so, dass der Kontrakt der Menschen mit Gott, dass sie beten und er ihnen reichlich zu essen gibt, der schien gebrochen zu sein durch diese Klimawandelung. Und damit funktionierte diese Geschichte nicht mehr, auf der die Menschen ihr Leben gebaut hatten. Auch die Gegenmaßnahmen, die sie trafen gegen den Klimawandel, nämlich Prozessionen, Reliquien zu Gletschern tragen, Hexen verbrennen, haben wenig Abhilfe geschaffen gegen das Problem. Dieses Problem wurde erst in Ansätzen gelöst, als Handel, Wissenschaft dazu kamen und neue Dinge geschaffen haben. Und da sieht man, eine Geschichte bricht zusammen und eine andere beginnt und schafft andere Strukturen, eben die Strukturen des wissenschaftlichen Verstehens da, die Strukturen einer dynamischen Ökonomie, die es vorher nicht gegeben hatte. Und das schafft auch andere Menschen. In diesem Fall ist es konkret Menschen geschaffen, die lesen und schreiben und rechnen konnten und in Städten wohnten. Und das war eine ganz neue Menschenart. Also jede dieser Revolutionen ist ein Weltuntergang. Und aus jeder dieser Revolutionen geht eine neue Welt hervor. Sie sagen also, dass es ohne diese Geschichten, man könnte sagen Weltbilder oder neumodisch Narrative, nicht geht. Und dass wir uns die Welt erklären müssen. Und gleichzeitig, dass wir neue Bilder finden müssen, wenn wir die Welt verändern wollen. Geschichten sind so etwas wie mentale Landkarten. Und eine Landkarte funktioniert ja nur, weil sie die Welt nicht so darstellt, wie sie ist, sondern weil sie aussucht und simplifiziert und symbolisch repräsentiert etc. Und diese Landkarte bittet ihnen gewisse Ziele an, zu denen sie gehen können und gewisse Wege, die zu diesen Zielen führen. Wenn sich aber herausstellt, dass diese Ziele gar nicht mehr erstrebenswert sind, dann brauchen wir eine neue Landkarte für dasselbe Terrain, die uns andere Ziele und andere Wege zeigt. Und ich glaube, das ist der Umbruch, der stattfindet. Irgendwann wird die alte Landkarte einfach unbrauchbar. Sie ist nicht mehr nützlich. Was war denn das Weltbild, das wir bis dahin hatten? Und welches Weltbild brauchen wir im Angesicht des Klimawandels in Zukunft? Ich finde die erste Frage einfacher zu beantworten. Das Weltbild, das wir hatten und ich glaube auch noch haben als Gesellschaften und Wirtschaften, ist das der Domination, der Herrschaft, des wirtschaftlichen Wachstums und einer gewissen Eschatologie. Es geht ja so, ich meine, Francis Fukuyama hat das zu seinem Leidwesen vorgemacht, als er das Ende der Geschichte ausrief. Also auch der Liberalismus hat natürlich in sich eine Art von Heilserwartung. Und diese Heilserwartung sollte dann in diesem Fall konkret durch Wirtschaftswachstum und Marktdynamik erreicht werden. Das ist nicht passiert. Die historischen Entwicklungen waren sehr anders. Und ja, das ist so eine, also das ist, glaube ich, die Geschichte, die uns den Zugang zur Welt nicht mehr wirklich erlaubt. Und wenn wir in einer Wachstumswirtschaft leben, die davon abhängt, dass pro Minute 30 Fußballfelder Regenwald vernichtet werden, dann ist das ein Modell, was keine Zukunft hat. Das ist ziemlich deutlich, so viel Regenwald gibt es nicht. Jetzt fragen Sie mich, was für ein Bild brauchen wir? Ich würde da Bruno Latour zitieren, den französischen Philosophen und Wissenssoziologen, der gesagt hat, wir sollten eigentlich aufhören zu sagen, dass wir auf der Erde leben. Also die Füße im Dreck und den Kopf hoch erhoben in der reinen Luft mit weitem Horizont. Wir sollten über uns denken als Organismen, die in der kritischen Zone leben. Und die kritische Zone, das ist die ganz dünne Membran von Gas, die diesen Planeten umgibt oder die den toten Stein unter unseren Füßen trennt von der ewigen Leere über unseren Köpfen. Und in dieser Zone sind wir einer von Milliarden von Akteuren, von Mikroben bis hin zu Höhenwinden, die diese Zone dauernd modifizieren und dauernd Veränderungen hervorrufen. Das ist ein ganz anderes Menschenbild. Dann ist der Mensch auf einmal nicht mehr außerhalb und über der Natur, sondern er ist mittendrin und sehr abhängig und sehr vulnerable. Also in der biblisch gesprochen, das eine, das Alte ist, macht euch die Erde untertan. Und das Neue wäre, ihr seid ein Teil der Natur und ihr müsst im Einklang mit der Natur leben. Nun können wir ja den Klimawandel auf zwei sehr unterschiedliche Arten angehen. Wir können sagen, ja, wir sind Teil der Natur, wir müssen den Klimawandel in irgendeiner Form zähmen. Wir können aber auch sagen, vielleicht schaffen wir das gar nicht. Und wir kommen in eine ganz neue Phase von Macht euch die Erde untertan, nämlich mit noch höheren Deichen und anderen Nutzpflanzen und ganz vielen anderen technologischen Veränderungen. Also vielleicht stehen wir am Vorabend einer ganz neuen Ära von Macht euch die Erde untertan. Das ist möglich, aber ich glaube, es wäre schwer zu überleben. Es wäre schwer zu überleben für hunderte von Millionen von Menschen, die dann nichts mehr zu essen hätten. Jetzt zum Beispiel schon bewegt sich der Getreidegürtel in der Welt pro Jahr 20 Kilometer, entschuldigen Sie, vom Äquator weg. Über Besitzgrenzen, über Stammesgrenzen, über Staatsgrenzen hinweg. Die Klimakatastrophe ist nicht mehr aufhaltbar, aber sie ist wahrscheinlich noch begrenzbar. Bis zu welchem Ausmaß, das werden uns Historiker in 50 oder 100 Jahren erzählen. Aber es geht jetzt erstmal sozusagen darum, auf der Basis unseres eigenen besten Willens zu handeln. Oder besten Wissens zu handeln. Und dieses beste Wissen sagt uns, wir gehen auf eine Katastrophe zu von ungeahnten Ausmaßen. Wenn wir jetzt sozusagen, wie Sie das vorschlagen, den Weg der Domination weiterwählen, irgendwann sind die Deiche nicht mehr höher baubar. Und wenn die Schweiz versteppt, ist es schwer, hier Landwirtschaft zu betreiben. Wenn es zwei Grad wärmer wird, wird es in Zürich acht Grad wärmer im Sommer und die Wälder in den Alpen werden sich verabschieden. Das sind Umwälzungen, mit denen schwer umzugehen ist. Also ich glaube, der Weg des Ignorierens führt nach dem, was wir wissenschaftlich wissen, in eine noch größere Katastrophe. Der Weg der Anpassung, der könnte bis zu einem gewissen Grad funktionieren. Und dafür übrigens brauchen wir die besten Technologien und brauchen wir die besten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Aber ich würde sagen, es läuft wahrscheinlich auf eine Mischform heraus. Es wird vielleicht ein Weltbild sein, das sich noch immer aus dem Alten macht euch die Erde untertan zusammensetzt und gleichzeitig ein neues Verständnis von in der Natur sein und in der Natur leben. Also das ist vielleicht eben gar nicht so ein Weltbild wäre komplett abgelöst, ein neues entsteht, völlig neu, sondern es wird eine Mischform sein. Aber bleiben wir nochmal ganz grundsätzlich bei diesen Weltbildern, bei denen, Sie können sagen, eben Geschichten, Sie können sagen Ideen, es braucht eine, Historiker sagen, dann eine handlungsleitende Idee. Ja, wie wichtig sind die Ideen? Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, Ideen sind wie Viren. Was heißt das? Naja, ich meine, es ist im Moment natürlich ein etwas billiger Vergleich in pandemischen Zeiten, aber Ideen brauchen Träger. Ideen brauchen Träger, um sich zu verbreiten. Und sie können auch mutieren und sich verändern, um sich neuen Umständen anzupassen und dann viel erfolgreicher werden. Sie können eine Inkubationszeit haben, sie können in einer Gesellschaft ankommen und für Jahrhunderte erstmal nicht viel bedeuten. Nehmen Sie zum Beispiel die Idee der menschlichen Gleichheit. Die gibt es seit der Antike. Sie war im christlichen Mittelalter eigentlich obszön und unmoralisch, weil jeder Mensch wusste, dass Menschen ungleich sind. Männer besser als Frauen, Christen besser als Heiden, Adlige besser als Bauern. Aber dann fand sie tatsächlich eine Trägergruppe, diese Idee der menschlichen Gleichheit, nämlich das Bürgertum im 17. Jahrhundert. Menschen, die in den Städten lebten, die keine politische Macht hatten, weil die in den Händen von Adel und Kirche lag, die haben dann auf einmal diese Idee der menschlichen Gleichheit benutzt und gepusht und auf einmal konnte diese sozusagen im Schlafzustand befindliche Idee explosiv die politische Realität Europas und dann der Welt verändern. Also Ideen haben mit Viren gemeinsam, dass sie an sich passiv sind und übertragen werden müssen durch jemand anderen, aber dass sie durchaus auch sozusagen eine kollektive Strategie zu haben scheinen. Nun heißt es ja, dass ohne Viren unsere Evolution sehr viel langsamer verlaufen wäre, weil wir DNA der Viren eingebaut haben, weil wir auf Viren reagiert haben. Das heißt, wir brauchen die Ideen, um uns weiterzuentwickeln. Ohne Ideen wären wir noch in Höhlen und würden keine Höhlenmalereien produzieren. Und gerade, ich glaube, gerade für Europa, ich habe mich gerade ein bisschen mit der Frage beschäftigt, warum es eigentlich Europa war um 1500, das dominant wurde in der Welt und nicht eins der damals viel höher entwickelten Reiche wie zum Beispiel China. Und ich glaube, dass es da ein wichtiger Faktor war zum Beispiel, dass Europa aus so vielen konkurrierenden Kleinreichen bestand. Und es gab einen militärischen Wettbewerb, einen Rüstungswettbewerb, aber es gab auch einen Ideenwettbewerb. Wer die besseren Ideen hatte, wie man eine Ökonomie organisieren konnte, wie man ein Gemeinwesen organisieren konnte, war erfolgreicher. Und insofern ja, natürlich Ideen, ich glaube, Kultur ist so ein bisschen etwas wie der Turbo Drive unserer Evolution. Wir haben nicht nur die biologische Evolution, sondern wir haben eine Art, viel schneller Veränderung zu bewirken. Und das ist über Ideen, über Kultur. Ideen sind dann Instrumente der Weltdeutung. Aber Weltdeutung ist etwas ganz anderes als das, was die Klimabewegung eigentlich sagt. Denn die Klimabewegung, die Klimajugend sagt, folgt der Wissenschaft. Und folgt der Wissenschaft, da geht es dann nicht mehr um Interpretation, sondern da geht es um einen Wahrheitsanspruch. Das wäre ein sehr naives Wissenschaftsverständnis, glaube ich. Und man muss jungen Leuten zugestehen, dass sie ein naives Verständnis von Dingen haben können. Aber Wissenschaft ist ja Interpretation. Die ganzen Daten, die gesammelt werden, die müssen ja in irgendeiner Weise mathematisch, statistisch etc. aufbereitet werden, interpretiert werden. Insofern ist das bereits eine Interpretationsleistung. Aber wenn diese Interpretationsleistung in 99% der Fälle in dieselbe Richtung zeigt, dann scheint Folge der Wissenschaft eigentlich eine Art zu sein, die Welt zu lesen, die sinnvoll ist. Wobei innerhalb dieser 99% es immer noch eine sehr große Bandbreite an Interpretationen gibt. Und es ist dann schon sehr, finde ich, eine grundsätzliche Frage, ob Sie Wissenschaft in den Bereich der Wahrheit rücken oder sagen, sie ist ein Instrument der Interpretation. Und das geht, glaube ich, im Moment ein bisschen verloren. Und Sie erinnern uns daran, dass eben wirklich alles Interpretation ist. Naja, ich meine, die Tatsache, dass es Schwerkraft gibt, das bedarf keiner Interpretation. Aber unsere menschliche Annäherung an die Welt ist immer eine Interpretationsleistung. Das fängt an von der Physiologie unserer Sinnesorgane, die uns die Welt nicht so zeigt, wie sie ist, sondern wie wir sie brauchen. Und es geht hin bis zur Physiologie unseres Gehirns, dass das selber mit der Welt tut. Wir können die Welt nicht wahrnehmen ohne Geschichten. Und wie Sie sagen, natürlich, Wissenschaft repräsentiert keine Wahrheit, aber Wissenschaft repräsentiert, ich glaube, eine sehr gute Annäherung, die bestmögliche Annäherung an die Fakten, die wir haben. Wenn man ein unvollkommenes Werkzeug in der Hand hat, aber es ist immer noch ein Werkzeug, dann ist es besser, das zu benutzen, als es aus der Hand zu leben. Aber die Freiheit der Interpretation gibt den Menschen auch eine sehr große Wahlfreiheit, sich ihre Welt passend zu machen. Zum Beispiel könnte man ja sagen, der Klimawandel existiert gar nicht. Das sind alles reine Modelle, Computermodelle. Wir leben halt jetzt in einer kleinen Warmzeit. Das wird dann auch schon wieder einmal kälter werden. Das wäre grob unwissenschaftlich, ganz einfach. Also die NASA hat, und man kann das ganz einfach finden im Internet, die NASA hat publiziert zum Beispiel den CO2-Gehalt der Atmosphäre in den letzten 800.000 Jahren. Viel länger, als es Menschen gibt. Und was Sie sagen, völlig richtig, es hat immer Klimawandel gegeben. Diese Kurve geht rauf und runter, ungefähr einmal alle 100.000 Jahre. Und dann kommt 1960 und wir sind hier. Letztes Mal, dass es so viel CO2 in der Atmosphäre war, war, glaube ich, vor drei Millionen Jahren und die Ozeane waren fast 20 Meter höher. Und diese Kurve von 1960 an aufwärts bis heute, die lässt sich genau überlappen mit dem Erdölverbrauch, mit anderen zivilisatorischen Höchstleistungen, mit dem Anstieg der Weltbevölkerung. Nein, nein, das sind schon wir. Ich will das gar nicht in Frage stellen. Ich will nur auf etwas anderes hinaus. Mit Ihrer starken Betonung der Ideen und der Interpretation. Sie wollen den Klimawandel bekämpfen und geben damit den Menschen aber auch ein Instrument an der Hand, ihn zu ignorieren. Naja, schon. Man kann eklatante Fakten ignorieren. Man kann ignorieren, dass sich unser Wetter verändert. Man kann ignorieren, dass es invasive Spezies gibt, die jetzt kommen. Man kann ignorieren, dass es Flüchtlingsproblematiken gibt, die dadurch entstehen. Das scheint kein sinnvoller Weg zu sein. Also Interpretation, ja, aber es gibt gewisse Fakten, die schwer wegzuinterpretieren sind. Wie man dann mit diesen Fakten umgeht, darüber kann man sich in einer Demokratie intelligent unterhalten. Was für Maßnahmen man trifft, was wichtiger ist zum Beispiel, wie Sie sagen, Wohlstand und Freiheit oder die Maßnahmen gegen Klimakatastrophe. Und das sind, glaube ich, genuine Diskussionen, die stattfinden müssen, weil es da um sehr, sehr viel geht. Und weil da, glaube ich, ganz fundamentale Sachen in unseren Gesellschaften in Frage gestellt werden. Die man auch nicht leichtfertig einfach weggeben kann. Gehen wir mal wieder zurück zur Geschichte. Gucken wir nicht in die Zukunft, die ein bisschen schwierig zu interpretieren ist. Lassen wir es bei der, kurz nochmal bei der Vergangenheit, bei der kleinen Eiszeit. Sie haben da geschrieben, dass die kleine Eiszeit wirklich die Welt verändert hat und die moderne Welt eigentlich geschaffen hat. Wenn Sie das noch einmal kurz ausführen, wieso hat das Klima die moderne geschaffen? Es ist ein faszinierendes Problem. Aber wenn Sie und ich, als Sie und ich Geschichte gelernt haben, war Geschichte rein menschliche Geschichte. Und zum Beispiel die Geschichte einer Gesellschaft im Kontext ihres Klimas zu sehen, schien absurd. Brodell hat das ein bisschen gemacht, aber sonst war das eigentlich kein wirklicher Teil der Geschichte. Aber es ist sozusagen ein faszinierender Testfall, was passiert eigentlich mit Gesellschaften, wenn sich das Klima ändert? Und vor allen Dingen, wie weit geht diese Veränderung? Ich bin, wie Sie selbst gesagt haben, kein Klimawissenschaftler. Ich bin Historiker und eigentlich eher Ideenhistoriker. Aber genau deswegen hat mich das interessiert. Und um sozusagen ganz kurz die Faktenlage zu schildern, Es gab eine sogenannte kleine Eiszeit, von ungefähr vom späten Mittelalter bis circa 1700. Und es wurde auf der ganzen Welt etwa zwei Grad kälter. Interessanterweise wissen wir nicht genau, warum das passiert ist. Der beste Kandidat ist eine Variation in der Sonnenaktivität, keine menschliche Aktivität oder in einem sehr zu vernachlässigenden Anteil. Aber wir wissen sehr feinkörnig, was passiert ist. Von Eiskernbohrungen, von Sedimentanalysen, von Analysen, von Tagebüchern und Ernteberichten etc. Wir können sehr, sehr genau gerade für Europa sagen, was passiert ist. Es gab einen Einbruch um zwei Grad. Zwei Grad heißt zum Beispiel drei Wochen Vegetationsperiode. Das heißt, auf einem Kontinent, der zu 90 Prozent von lokaler Landwirtschaft lebte, es gab noch sehr wenig Handel in Grundnahrungsmitteln, war das natürlich eine Katastrophe. Drei Wochen Vegetationsperiode, die Bauern haben gesehen, wie ihnen das Korn auf dem Feld verfaulte. Und sie mussten natürlich noch Steuern zahlen. Und das hat die gesamte Gesellschaft destabiliert. Es gab immer wieder Missernten in unterschiedlichen Teilen Europas. Und das hieß, die Bauern hatten nichts zu essen. Die Städte haben, weil der Getreidepreis so etwas wie der Goldstandard im 19. Jahrhundert war, eine Inflation von bis zu 100 Prozent pro Jahr erlebt. Und die Adligen haben keine Steuereinnahmen gehabt, um zum Beispiel ihre Kriege zu finanzieren. Das hat also am Fundament der gesamten Gesellschaft gerüttelt. Und wie ich vorhin kurz angedeutet habe, die ersten Maßnahmen waren sehr mittelalterliche Maßnahmen, sehr mittelalterlich gedacht. Gott ist zornig, wir müssen ihn besänftigen, dann wird die Natur wieder ins Lot kommen. Das ist nicht passiert. Was passiert ist, dass Botaniker angefangen haben zu sehen, wie man mehr Ertrag bekommen kann, welche landwirtschaftlichen Methoden man verändern kann, dass sie auf Lateinisch darüber geschrieben haben und dass durch den Buchdruck durch ganz Europa disseminiert wurde, dass Händler angefangen haben, zum Beispiel die Schlüsselhaft Amsterdam, Grundnahrungsmittel über große Distanzen zu verschicken und also einen Distanzhandel anzufangen. Aber das schon zieht eine Veränderung der Gesellschaft nach sich. Denn wenn sie so etwas machen wollen, dann brauchen sie Menschen, die Buch führen können, die Geschäftsbriefe schreiben können, die, wenn es zu See ist, navigieren können etc. Sie brauchen eine gebildetere Bevölkerung. Sie bekommen eine professionelle Klasse, die in Städten wohnt. Die auch Macht will. Und diese Macht muss sie argumentieren. Und das war der Anfang der Aufklärung. Und auf einmal haben wir eine Welt, die stärker in Städten stattfindet. Eine Welt, in der Ideen wie die menschliche Gleichheit und Freiheit auf einmal virulent werden und weit diskutiert werden. Eine Welt, die auf eine französische Revolution zugeht. Wir haben eine Welt, in der eine starke und immer stärker selbstbewusste Mittelklasse auftritt und die Dinge anders tut, als ein Adel das getan hat. Um es auf einen sehr kurzen Nenner zu bringen, was Sie jetzt sehr schön ausgeführt haben. Der Mensch hat ein ungeheures Talent zur Anpassung. Ja, es ist auch gerade, glaube ich, unser Feind heute, dass das Modell, in dem wir noch stecken, so unendlich erfolgreich war. Wir sind ja reicher, als wir es je gewesen sind. Unser Lebensstandard ist höher, unsere Lebenserwartung ist besser etc. Das war kein Prozess ohne Kosten. Und wir Europäer haben, glaube ich, sehr erfolgreich die Kosten ausgelagert auf andere Kontinente für lange Zeit. Auch ein Problem der Klimakatastrophe, dass es damit nicht mehr möglich ist, die negativen Effekte dieser sprunghaften Entwicklung auszulagern aus Europa. Es kommt mit den Winden und den Ozeanströmungen doch. Aber was sehr spannend ist, wenn man sieht, in der kleinen Eiszeit, als das eine Wissensmodell zusammenbrach, das Religiöse, drängen sich andere Modelle hinein, um die Welt zu erklären. Die Alchemie, der Mystizismus, die Kabbalah, die Rosenkreuzer, alle kommen sie und wollen diese Welt anders erklären. Unter denen sind auch einige empirische Wissenschaftler, deren Modell sich einfach als am schlagendsten erweist, um Dinge zu erklären und die Welt zu ändern. Ich habe das Gefühl, dass wir heute da schon in einer, dass wir da eine Parallele erleben, dass eine Art, die Welt zu erklären, in einer Krise steckt und andere alternative Arten hineinstoßen, um zu versuchen, diese Erklärungshoheit zu übernehmen. Das sind Verschwörungstheorien, das sind antidemokratische Theorien auch, das sind auch Umwelttheorien, die oft auch sehr weit gehen. Also es gibt im Moment einen echten Krieg der Geschichten, um diese Interpretationshoheit zu erringen. Das ist ein spannender Moment, das ist aber auch ein kritischer Moment, denn Hitler und Stalin haben wunderbare Geschichten erzählt in den 20er Jahren und damit viele Menschen bewegt. Und die Geschichte, die gewinnt, ist nicht diejenige, die wahr ist oder die auf Wissenschaft beruht oder die Fakten achtet, sondern diejenigen, die die meisten Menschen bewegt. Und die Frage ist offen, ob die Geschichte wirklich einer positiven Transformation die meisten Menschen bewegen kann. Glauben Sie, dass wir wirklich in der jetzigen Umbruchphase, die wir immer mit dem Begriff des Klimawandels verbinden, auch eine Phase ist, in der unser politisches System, wie in den 20er Jahren, in einer besonderen Herausforderung steckt? Sicherlich. Unser politisches System ist ein System, das gebaut wurde und angemessen war für eine Nachkriegszeit. Aber die gesellschaftlichen Verhältnisse bestehen eigentlich gar nicht mehr. Also zum Beispiel, die Nachkriegspolitik hat sehr gut funktioniert mit ihrer sozialen Marktwirtschaft, weil es auch ein genuines Gegengewicht, wie das früher in den Nachrichten hieß, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern gab. Es gab zwei gesellschaftliche Interessengruppen, die waren eigentlich ziemlich ausgewogen gegen eine. Mit der Deindustrialisierung Europas ist das, was früher mal eine Arbeiterklasse war, die über Gewerkschaften organisiert war und sozialistische Parteien dann eine Stimme im Parlament hatte, zusammengebrochen und fragmentiert worden. Aber unser politisches System funktioniert noch immer sehr gut. Es funktioniert in der Schweiz besser als in anderen europäischen Ländern? Wir haben es auch in den USA, uns mal nicht über Europa reden zu müssen, über sozusagen Anwesende. Reden wir über Amerika. Trump ist abgewählt worden. Es ist keine perfekte Harmonie eingekehrt in den USA, gewiss nicht. Aber die Selbstreinigungskräfte haben funktioniert. Also ich glaube schon, dass das System im Moment trägt. Und Sie brauchen ja ein vertrautes System. Gerade wenn Sie eine Transformation hinbekommen wollen, brauchen Sie ein vertrautes System. Nicht nur das, sondern auch, um sozusagen gegen mich selbst zu reden, aber sicherlich gegen viele Proponenten einer idyllischen No-Growth-Wirtschaft. Wir brauchen auch eine robuste Wirtschaft, um diese Transition voreinander zu bekommen. Denn eine Demokratie kostet eine Menge Geld. Die Institutionen einer Demokratie sind sehr teuer. Ohne eine starke Wirtschaft wird das nicht gehen, diese Transformation hinzubekommen. Und das verkompliziert das Ganze natürlich. Aber ich bin immer etwas ungeduldig mit Modellen, die davon ausgehen, dass wir alle bessere Menschen werden. Wenn wir nicht Modelle haben, die konflikthaft funktionieren können, dann haben wir gar nichts in der Hand. Aber wenn ich das so ein bisschen rekapituliere, was Sie jetzt gerade sagen, die Umweltbewegung geht im Moment schon sehr stark davon aus, dass wir alle bessere Menschen werden. Ja, das wird leider nicht passieren. Wir lernen nicht aus der Geschichte. Weder als Individuen noch als Gesellschaften. Aber wir reagieren auf Traumata. Das Trauma des Zweiten Weltkriegs hat uns ein Europa gegeben, in dem es um soziale Umverteilung ging, um nie wieder eine Gesellschaft zu haben wie in Weimar, um die es um internationale Vernetzung ging, um nie wieder etc. Es war eine Reaktion, eine sehr positive Reaktion. Man sieht auch jetzt, wie diese Reflexe abschwächen, weil einfach eine Generation die politische Macht übernimmt, die diese Reflexe nicht mehr trägt. Es ist nicht mehr lebendige Vergangenheit. Es ist jetzt etwas, was Sie in der Schule gelernt haben. Insofern, ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen können, dass wir mit klugen Argumenten Menschen davon überzeugen können, dass sie anders leben. Was aber diese Arbeit übernimmt, das sind die leider immer häufigeren Katastrophen auch in Europa. Wir haben jetzt einen Sommer erlebt mit Waldbränden im südlichen Mittelmeer, mit Überschwemmungen etc. Solche Erfahrungen können, glaube ich, Geister öffnen für andere Erklärungsmöglichkeiten. Und das wäre die beste Hoffnung, dass das passiert. Passiert aber im Moment genau das Gegenteil. Richtig. Wir erleben gerade eine Phase von steigenden Energiepreisen, wobei alle glauben, dass sie im nächsten Frühjahr wieder sinken werden, dass es also eine ganz normale Marktbewegung ist. Und dennoch schreien Politiker von Paris, bis Warschau unisono, und es gibt nicht mehr viel, wo in Europa noch wirklich solcher Einklang herrscht, schreien diese Politiker, jetzt müssen wir aber Energiepreis begrenzen, wir müssen die Menschen entlasten. Und das steht genau im Widerspruch zu dem, was wir eigentlich machen müssten, Energie verteuern. Also, wir lernen ganz offensichtlich nicht. Man könnte jetzt ganz dystopisch sagen, wir werden keine besseren Menschen und wir lernen auch nicht wirklich aus der Geschichte. Ja, was passiert dann? Ich meine, wir lernen ja schon. Und es gibt ja auch sinnvolle Massnahmen, die getroffen werden. Und auch, schauen Sie, ich meine, Energie verbilligen, es gibt ja auch intelligente Modelle, wie man damit umgehen könnte. In Österreich ist gerade eine sehr zögerliche, aber doch eine CO2-Bepreisung. Aber nehmen Sie zum Beispiel, Flugzeugtreibstoffe, Kerosin ist nicht oder fast nicht besteuert, was eine Marktverzerrung ist, eine ganz üble. Und wenn man jetzt sagt, Kerosin müsste besteuert werden wie anderer Treibstoff auch, hört man, das ist sozial unverträglich, das ist gemein zu den ärmeren Menschen, die fliegen wollen. Im Moment geben die Menschen, die nicht fliegen können, weil sie noch ärmer sind, denen, die fliegen, bares Geld in die Hand. Weil sie nämlich nicht aus diesen Steuern profitieren können. Das heißt, es ist jetzt bereits sehr unfair. Ich glaube, wenn man solche Systeme versucht anzupassen, ja, es wird auch, und das ist ein böses Wort, höre ich immer wieder, Verzichtleistungen fordern. Aber das ist für mich auch ganz stark eine Frage des Framing. Wir hören immer wieder vom bösen Verzicht und diese Öko-Freaks, die wollen uns alles wegnehmen, was Spaß macht und wir dürfen nicht mehr fahren und wir dürfen kein Fleisch mehr essen und wir dürfen überhaupt nichts mehr. Meine Gegenfrage wäre, ist dann meistens, wenn mir das jemand so sagt, zu fragen, haben Sie Kinder? Und dieser Mensch sagt dann, ja, natürlich, und dann frage ich, aber was für ein Blödsinn. Sie haben verzichtet auf 200.000 Franken pro Kind vielleicht, auf wirtschaftliche Unabhängigkeit, auf Ihre Mädchenfigur, wenn Sie eine Frau sind, auf guten Sex für Jahre, auf Abende mit Freunden. Warum verzichten Sie auf so etwas? Weil Sie etwas Wichtigeres gewählt haben. Und ich glaube, an diesem Moment sind unsere Gesellschaften, wir müssen uns damit konfrontieren, dass wir dabei sind, etwas Wichtigeres wählen zu können. Aber das Problem daran ist, dass es eben nicht nur der rationale Verzicht ist, weil wir etwas anderes wählen, sondern weil dann schon eine sehr stark moralische Komponente hineinkommt, eben, wir müssen doch die besseren Menschen werden. Es ist ein Interesse. Also wenn wir genug CO2 sparen und wenn wir genug verzichten, dann werden wir gerettet. Ja, aber das ist natürlich auch falsch. Das ist sehr naiv und sehr falsch. Wenn wir morgen alle Veganer werden und kein Auto mehr betreten, werden wir die Klimakatastrophe nicht aufhalten. Dafür sind wir in Europa zu wenige. Es ist trotzdem sinnvoll, das zu tun, weil es einfach eine blödsinnig, verschwenderische Lebensart ist. Und auch wenn es sich schlecht predigt, dem Rest der Welt, wenn man selbst noch so lebt und sagt, ihr müsst aber, wobei dann natürlich noch postkoloniale Verwerfungen dazukommen, aber diese Veränderung der Lebensart, die ist nötig, damit wir noch gute Gesellschaften haben können. Das ist keine moralische Frage, das ist eine Frage der Physik. Das Schöne an Schriftstellern ist, dass sie Bücher schreiben, aus denen man zitieren kann. Das möchte ich jetzt gerade mal tun. Sie haben geschrieben, die eskalierende Ausbeutung und Verpestung der Welt ist das gegenwärtige Äquivalent zu den Hexenverbrennungen des 17. Jahrhunderts. Das klingt ziemlich hoffnungslos. Die Menschheit ist gefangen in Magie, Aberglaube und Unwissen. So scheint es im Moment, ja. Und schauen Sie von dem, was die wissenschaftlichen Berechnungen uns zeigen, und man darf nicht vergessen, das ist die Wissenschaft, die uns auch die Handys gibt, die wir jeden Tag gebrauchen und die Autos, die brav fahren. Wenn die alle in die falsche Richtung gehen, dann sollte man schon zuhören. Und wenn das so weit gesellschaftlich nicht passiert, und wenn man auch sieht, wie Sigmund Baumann gesagt hat, die Scheidung zwischen Politik und Macht, dass so viel entscheidende Macht nicht mehr in den Händen von demokratisch gewählten Regierungen ist. Das heißt, dass auch der Handlungsspielraum sehr verkleinert ist, um überhaupt diese Dinge in Angriff zu nehmen. Auf der anderen Seite, ich habe es immer schwierig, Hoffnungsszenarien zu formulieren, aber eine für mich sehr signifikanter und sehr positive Entwicklung war tatsächlich in der Corona-Krise. Ich habe oft über diese Dinge gesprochen und mir wurde immer gesagt, das ist zwar alles schrecklich, was mit der Umwelt passiert, wahnsinnig schade, aber man kann nichts machen. Wir können hier nicht die Märkte antasten. Wir können das Funktionieren der Märkte nicht berühren. In der Corona-Krise ist das passiert, in zwei Tagen. Und es hat gezeigt, dass Gesellschaften politisch handlungsfähig sind, wenn der Druck groß genug ist. Aber mit den alten Mitteln, die Märkte sind nicht angetastet worden, sondern es ist einfach eine Politik, wie wir sie zum Beispiel in der Finanzkrise schon entwickelt haben, noch einmal ein bisschen aufgebohrt worden. Also es ist sehr, dass wir haben die Pandemie mit den uns vertrauten alten Mitteln bekämpft. Und über diese Mittel schreiben Sie, ein anderes Zitat, wir führen einen Krieg gegen die Zukunft. Ja, das Zitat kommt nicht von mir, sondern von einem Ökologen und dem damaligen Chef des Wissenschaftsrats in Österreich. Wir nehmen unseren Kindern Ressourcen weg, die sie nicht zu vergeben haben. Das ist, glaube ich, so. Aber wenn wir einen Krieg gegen die Zukunft führen, gegenwärtig, wo ist dann da noch Platz für Hoffnung? Wo ist da noch Platz für Hoffnung? Menschen sind überraschende Wesen. Kultur ist ein ganz erstaunliches Konglomerat an Denkmöglichkeiten, Möglichkeitsräumen, Handlungsangeboten. Dinge können sich sehr schnell ändern, seltsamerweise in Gesellschaften. Im Moment gibt es wenig Anlass, das anzunehmen. Aber wenn Sie mich fragen, wo meine Hoffnung liegt, dann würde ich sagen, erstens ist unser Verstehen dieser natürlichen Zusammenhänge modellhaft. Wir wissen nicht, wie die Natur funktioniert. Wir können ganz gute Modelle davon machen, aber die Natur ist immer viel komplexer. Es ist die Natur eines Modells, das sie simplifiziert. Vielleicht, wenn wir der Natur eine Chance geben, hat sie Regenationskräfte, die größer sind, als wir das glauben. Aber diese Chance müssen wir ihr schon geben. Ich hätte wahnsinnig gern Unrecht mit meinen tollen Voraussagen. Das wäre eigentlich meine Ambition. Das glaube ich Ihnen nicht. So eitel bin ich nicht. So eitel bin ich nicht. Das ist vielleicht gar nicht eine Frage der Eitelkeit. Aber gefallen Sie sich nicht schon ein bisschen in der Rolle der Kassandra und des Propheten, der dem Menschen Umkehr und Buße? Überhaupt nicht. Ich habe zwar einen Bart, aber das ist kein Prophetenbart. Wie gesagt, mich interessieren moralische Argumente, in dieser Hinsicht relativ wenig. Ob wir gute oder schlechte Menschen sind, interessiert auch den Planeten relativ wenig. Wir modifizieren natürliche Systeme. Und diese Modifikation heißt, dass wir in diesen Systemen schlechter leben können. Das ist dumm. Und auf Dauer selbstmörderisch. Selbstmörderisch. Von daher ist es, glaube ich, eine physikalische Forderung zu sagen, das können wir nicht länger weitermachen. Die Frage nach Schuld und nach Buße hat mich eigentlich noch nie besonders interessiert. Sie vielleicht nicht, aber das schwingt doch sehr stark mit in dieser ganzen Diskussion. Es gibt eine schrecklich protestantische Kultur, die sich immer in der eigenen Schuld wälzt, die auch der bessere Schuldige sein will als jemand anderes, die immer nach anderen Schuldigen sucht. Ich glaube aber nicht, dass man so Probleme lösen kann. Das sind kollektive Prozesse, die nach Sündenböcken suchen, die nach Feinden suchen, die Feinde designieren, die Aufmerksamkeit auf irrelevante Details fokussieren, damit man das große Ganze aus dem Blick verliert. Das sind keine hilfreichen Sachen. Insofern, ich glaube schon, wenn wir uns einfach darauf verlassen, was physikalisch passiert und wie wir auf diesem Niveau darauf reagieren können, um weiter gut leben zu können, dann ist es für mich ein konstruktiverer Zugang. Nun haben Sie mir aber erklärt, dass eben die Physik alleine nicht genügt, sondern dass es die Ideen braucht und die Welterklärungen dazu. Und damit sind wir dann schon wieder in der Frage, ja, Buße, Umkehr. Man könnte ja auch fragen, genügen wir eigentlich unserem eigenen Selbstbild? Unser Selbstbild sagt zum Beispiel, dass wir rational sind. Was wir tun im Moment ist eklatant irrational. Diese Zerstörung von Ressourcen, die wir brauchen, um zu überleben. Das ist ja nicht vernünftig. Kein Gärtner kann mehr ernten, als sein Garten produziert. Und wenn er das doch tut und dem Boden auslaugt, dann wird dieser Boden nichts mehr bringen. Das ist nicht in seinem eigenen Interesse. Insofern, nein, ich glaube nicht, das ist eine Frage der Moral. Es ist eine Frage, das eigene Handeln den Umständen anzupassen. Und natürlich gibt es dann die Frage, genügen wir unserem eigenen Selbstbild eigentlich? Sind wir rational? Sind wir in irgendeiner Weise empathisch gegenüber anderen? Etc. Das sind Dinge, auf die wir stolz sind, die wir immer wieder hervorkehren, als Errungenschaften des Liberalismus und der westlichen Geschichte. Dann sollten wir uns auch daran messen. Ein Opfer von diesem Prozess übrigens, und zwar nicht vom Anpassen an den Klimawandel, sondern eher von den Verwerfungen, die jetzt schon entstehen, ist, glaube ich, tatsächlich ein mögliches Opfer die liberale Demokratie. Denn im Kalten Krieg war es sehr einfach, für die liberale Demokratie zu argumentieren. Man musste sich nur anschauen, wie die Menschen lebten auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Da gab es nicht viele Argumente. Inzwischen aber ist der Liberalismus nicht nur durch den Postkolonialismus und durch die Umweltzerstörung sozusagen, ja, schon beschmutzt worden. Die leuchtende Rüstung des Liberalismus ist nicht mehr da. Aber es gibt inzwischen auch genug andere Alternativen in Polen, in Ungarn, in China, die hervorragend funktionieren, die demokratisch gewählt sind, demokratisch. Liberalismus wird auf einmal eine Wahl, für die man auch etwas aufgeben muss. Es wird nicht mehr der Slam-Dank, den es vorher gegeben hat, wo man sagen kann, hier ist alles besser. Aber das war sie immer. Es war uns nur vorübergehend vielleicht nicht so bewusst. Ja, aber das ist ein kritischer Moment, dass der Demokratie auf einmal echt zur Disposition steht. Genau, es ist ein kritischer Moment, da waren wir schon, wir sind in einer Umbruchszeit und in Umbruchszeiten haben Menschen eine grosse Vorliebe für Endzeitkonstruktionen. Tut Buse eben kehrt um, dann gibt es die Vorstellung des jüngsten Gerichtes und auf das jüngste Gericht folgt dann das Paradies. Oder es gibt die Vorstellung der Weltrevolution und auf die folgt dann das irdische Paradies des Kommunismus. Es gibt immer eine Endzeitvorstellung in solchen Umbruchzeiten. Und sind wir jetzt wieder in so einer Endzeitvorstellung und lähmt das uns? Schauen Sie, ja, ich glaube, ich bin selbst kein religiöser Mensch und deswegen interessieren mich solche Endzeitszenarien nicht. Aber es ist sozusagen in unserer kulturellen DNA. So haben wir über Jahrhunderte und Jahrtausende gelernt zu denken. Das sind die Konstruktionen, mit denen wir leben. Und das wurde vom Sakralen in der Kirche direkt überführt ins Säkulare, zum Beispiel im Kommunismus oder Sozialismus. Aber auch im Liberalismus. Also diese Art, eine Geschichte zu konstruieren zu einem Ort hin, den man erreichen will, das ist eine sehr theologische Denkfigur und die steckt uns noch in den Knochen. Das heißt aber nicht, dass sie etwas damit zu tun hat, was wirklich passiert in der Welt. Aber das heißt auch, wir sind Endzeitsüchtiger und die Erzählung des Klimawandels ist unser Opium. Nein, der Klimawandel findet tatsächlich statt und er verursacht tatsächlich enorme Schäden und er unterminiert tatsächlich, wie wir leben können. Und es hat keinen Sinn, dieses Geschehen noch mit einer Endzeitprojektion zu überlagern. Denn dann wird es endgültig kompliziert. Wir haben schon genug zu tun, wenn wir tatsächlich die physische Dimension des Ganzen angehen. Das Narrativ darüber, uns das noch von vor 3000 Jahren zu borgen, scheint mir nicht sinnvoll. Wenn wir jetzt sehen wollen, wie es weitergehen kann, denn wir leben ja auch in Gesellschaften, die große Probleme haben mit einer Zukunft. Wenn wir eine Zukunft konstruieren wollen für unsere Gesellschaften, dann kann das, glaube ich, nur funktionieren, indem wir uns freimachen von Narrativen, die uns sehr lange begleitet haben, aber die auch sehr stark zum intellektuellen Gefängnis werden können. Aber die Endzeit-Idee ist natürlich schon etwas, was sehr wirksam ist in der gegenwärtigen Klimabewegung. Ja, das ist richtig. Aber ich bin ja auch nicht völlig d'accord mit allem, was alle Leute sagen, die Angst haben ums Klima. Es gibt ganz unterschiedliche Weisen, diese Dinge zu konstruieren. Und es gibt überall, ob sie jetzt in der Industrie, in die Industrie gehen oder ob sie in die Klimabewegung gehen, gibt es sehr theologische Denkfiguren. Die sind meistens nicht sehr hilfreich. Also mit Religion oder Parareligion werden wir den Klimawandel nicht besiegen? Besiegen werden wir ihn gar nicht. Wir werden uns vielleicht intelligent an ihn anpassen können. Und wir werden vielleicht schauen können, dass er nicht eskaliert. Aber nein, ich nenne das für mich selbst theologische Denkfiguren. Die haben mit dieser Welt leider sehr wenig zu tun. Und es liegt sehr in unserem Interesse, Sie haben das Modewort ein Narrativ genannt, ein Narrativ zu entwickeln, das uns realistischere Optionen gibt innerhalb der Natur. Wir sind eine Primatenart. Wir sind eine sehr interessante Primatenart. Aber wir teilen mehr als 98% unserer DNA mit Schimpansen. Wir sind nicht außerhalb der Natur und erhaben über sie. Wenn wir verstehen können, dass wir in diesem immensen System ein kleiner Bestandteil sind, dann können wir auch, glaube ich, bessere Möglichkeiten finden, in diesem System unseren Ort zu finden und zu überleben. Aber ist die Moderne nicht eben doch auch eine immerwährende Krise? Ja. Und wir sind immerwährend darauf angewiesen, uns einfach durchzuwurschteln. Das ist richtig. In anderen Krisen, die waren, glaube ich, ein bisschen, sagen wir, narzisstischer. Die waren ein bisschen kleiner. Die haben nicht zum Anstieg von Ozeanwasserspiegeln geführt oder zur Veränderung von dem Klima auf dem ganzen Planeten. Aber Sie haben recht. Die Moderne, das Zerstören, das Schumpetische, die Creative Destruction, das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Moderne. Und das heißt, es ist natürlich immer Krise, es ist immer Zerstörung, es ist immer Kreation. Aber das Problem ist, wenn dieser Prozess sozusagen in seiner Eigendynamik einfach weiter rattert, dann muss man sagen, wir haben einfach zu starke Technologien, wir sind technologisch zu mächtig geworden. Der Einfluss, den wir haben auf das Ökosystem, ist zu groß geworden, als dass wir uns damit vertrauen können. Unsere Sendung darf nicht weiter rattern, denn wir sind am Ende der Sendung angekommen. Herr Blom, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen für die guten Fragen. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, am 27. November bei NZZ Standpunkte. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.